Hallo liebe VfL-Fans, ich bin Tina von Nordöl und wir sind langjähriger Sponsor vom VfL Lübeck-Schwartau. In diesem Jahr haben wir die Möglichkeit, euch einer Freude zu bereiten, indem ihr ein Original-Trikot und einen 50 Euro Nordöl-Tankgutschein gewinnen könnt. Ihr müsst dafür nur eine Frage beantworten und zwar, wie heißt der neue Dieselkraftstoff, der synthetisch ist und auf Erdgasbasis hergestellt wird? Hinweise zur Lösung findet ihr auf unserer Homepage www.nordöl.de. Viel Erfolg und frohe Weihnachten!